Herzlich Willkommen, mein Name ist Christoph Merz und in diesem Video möchte ich mich als IT-Dozent und als Geschäftsführer des Coaching- und Training Merz-Instituts vorstellen. Ich habe in Trier an der Hochschule Informatik studiert, mein Diplom gemacht mit Medizin als Anwendungsfach und anschließend noch einen Master gemacht, auch in der Hochschule, den ich in Lancaster an der Universität abgeschlossen habe. Ich habe mich dann selbstständig gemacht im Bildungsbereich und dann noch an der IHK Stuttgart in Außenwalt der Bildungspädagogen gemacht. Ich bin zertifizierter Microsoft Trainer und habe auch den Microsoft Specialist Master gemacht, das heißt alle fünf Zertifizierungen im Specialist-Bereich. Was sind meine Schwerpunkte? Meine Schwerpunkte sind zum einen E-Mail-Selbst- und Zeitmanagement mit Outlook und Siri, also was kann ich alles machen in meinem Arbeitsalltag, hauptsächlich digital, sinnvoll zu strukturieren und zu organisieren. Dann Automatisierung mit VBA, einmal im Excel-Bereich, aber auch die Kombination Excel mit Word und verschiedene Dinge. Fortgeschrittene Excel-Technik. Ich bin seit über zehn Jahren auch Dozent bei der IHK und HBK, wo ich das schwerpunktmäßig unterrichte, allerdings auch immer mehr E-Mail-Selbst- und Zeitmanagement. Und auch Office- und Windows-Training, wobei die Schwerpunkte mittlerweile bei E-Mail-Selbst- und Zeitmanagement und VBA liegen. Was macht mich aus als IT-Dozent? Ja, ein Punkt ist sicherlich die hohe Qualifikation durchs Studium, aber auch die pädagogische Eignung durch den Außenwalt der Bildungspädagoge. Ich habe auch einen Quereinstieg gemacht an der Schule und unterrichte dort Softwareentwicklung oder habe Softwareentwicklung unterrichtet und unterrichte jetzt noch Mathematik in der Oberstufe. Habe seit über zehn Jahren Erfahrung als IT-Dozent auch im Projektbereich. Das heißt, mit VBA entwickle ich für Firmen kleine Lösungen von Kostenstellen, Kostenträgerabrechnungen über automatisierte Formularverarbeitung. Ja, und eine Stärke von mir als IT-Dozent ist, dass ich wirklich aus der Praxis komme. Ich habe halt auch mehrere Jahre als Programmierer gearbeitet und als Selbstständiger weiß ich auch, wofür Selbst- und Zeitmanagement wichtig ist. Ja, das zwei, drei Worte von mir. Bei Fragen freue ich mich über Kommentare oder auch gerne, wenn ihr euch per E-Mail meldet. Auf Wiedersehen!